Elena Esel Habe ich mir gedacht Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann Oh prima! Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa Sie wohnt in Frankreich Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben Juhu! Wir müssen uns beeilen Elenas Zug kommt gleich an Endstation! Alle aussteigen! Da ist Elenas Zug! Oh! Elena! Bonjour! Bonjour ist französisch und heißt Guten Tag Bonjour! Bonjour! Bonjour, Monsieur Esel! Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht Lauter Dinge, die es hier nicht gibt Käse, Brot, Tomaten, Wasser Au revoir, Elena! Elena, ich komme dich morgen Abend wieder abholen Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, ganz nach oben im Haus Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh yeah! Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer Oh! Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben Wir müssen ihr alle dabei helfen Ja klar, Mama! Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche Oh, du sprichst nicht so schlecht Das ist sehr nett, Monsieur Wutz Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich Ich bin Experte für Sprache Frag nur Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama Kann Elena nicht in meinem Bett schlafen Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Peppa Peppa und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite So Kinder, versuch zu schlafen Morgen wird ein aufregender Tag Elena geht mit in eure Spielgruppe Bah... Dormez bien Dormez bien ist französisch und heißt Schlaft gut Ich bin doch gar nicht müde Wir können ja was singen, um müde zu werden Ja! Frère Jacques, Frère Jacques Dormez vous, dormez vous Sonne les matines Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein Ding, dong, dong Elena geht heute mit in Peppas Spielgruppe Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel Bonjour Ah, bonjour Elena Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja! Singt mir das Bing-Bong-Lied vor Es ist gut für mein Deutsch Meui Oh Wir machen Musik Und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Buu. Gut, jetzt habe ich viele neue Wörter gelernt. Bing, Bong, Bingeli, Bongeli, Buu. Der Internationale Tag Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Sie tragen Kostüme aus vielen verschiedenen Ländern. Heute feiern wir den Internationalen Tag. Und das heißt, wir feiern alle Länder auf dieser Welt. Hurra! Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland. Pedro ist Amerika. Jihau! Zoe ist Japan. Konnichiwa! Luzi ist Holland. Hallo! So sagt man in Holland Hallo. Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr dennoch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle! Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papa singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsch ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins, zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Oh je. Mehr als vier Länder passen nicht in den Sandkasten. Was ist denn hier los? Wir wollen jetzt auch mal in den Sandkasten. Aber wir waren hier zuerst. Sagt bloß, Luzi kommandiert euch herum. Schorsch hat angefangen. Schorsch lässt du schön in Ruhe. Er ist viel kleiner als du. Hallo, hallo, hallo. Warum veranstaltet ihr hier so einen Lärm? Die beiden da wollen uns einfach aus dem Sandkasten verjagen. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Stimmt ja wohl. Schorsch hat angefangen. Oh je. Die Länder der Welt vertragen sich überhaupt nicht. Wir wollen Frieden für die ganze... Was, was, was soll der Lärm? Mon Dieu. Die Länder der Welt streiten sich. Wir sind so lange da drin und das darf man nicht. Das darf man wohlholen. Das ist nicht fair. Hört jetzt auf damit. Luzi, immer willst du alle anderen herumkommandieren. Nein, das stimmt gar nicht. Kinder, Kinder. Was ist denn passiert? Amerika, Russland, Spanien und Griechenland wollen den Sandkasten einfach nicht teilen. Holland will alle herumkommandieren. Du bist die Kommandiererin. Jetzt reicht es aber. Glaubt ihr etwa, dass sich die Länder der Welt so benehmen sollten? Ähm, vielleicht nicht? Natürlich nicht. Entschuldigung, Madame Gazelle. Hallo. Alle Eltern sind gekommen. Und wie läuft der internationale Tag? Äh, eigentlich ganz gut. Das freut mich. Wie schön. Wir tragen gern etwas vor. Sie hören das Friedenslied. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wow. Es ist schön zu sehen, dass sich hier alle Länder so einig sind. Pepper und ihre Freunde lieben es zusammen, das Friedenslied zu singen. Alle Länder der Welt lieben es zusammen, das Friedenslied zu singen. Katinka Känguru. Es ist ein wunderschöner Tag. Herr und Frau Känguru wollen Pepper und ihre Familie besuchen. Hallo. Guten Tag, Herr Wutz. Wir kennen uns von früher. Vom Flughafen. Ähm. Es ist schon länger her. Sie sagten, wir seien jederzeit willkommen. Tatsächlich? Ja. Nur, dass seit damals Katinka und Konrad dazugekommen sind. Sagt Hallo, Kinder. Hallo. Ich bin Katinka Känguru. Ich bin Pepper Wutz. Und das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist mein kleiner Bruder Konrad. Konrad wohnt im Beutel von Frau Känguru. Ich habe ganz schön Durst nach der vielen Reiserei. Möchten Sie etwas trinken? Sehr gern. Limonade, die liebe ich. Schmeckt lecker. Nehmen Sie Platz. Haben Sie Hunger? Ich habe immer Hunger. Kein Problem. Wir machen was zu essen. Herr Känguru will das Essen auf einem Grill zubereiten. Möchte jemand Maiskolben? Lecker. Vielleicht sollten wir zu Hause auch mal grillen. Moment mal. Aber wir sind ja hier zu Hause. Los, komm Katinka. Lass uns im Garten spielen gehen. Wir können mein Lieblingsspiel spielen. Es heißt im Matschepfützen auf- und abhüpfen. Hüpfen finde ich auch toll. Zuerst müssen wir eine Matschepfütze finden. Oh, aber es gibt ja gar keine Matschepfützen. Der Boden ist zu trocken für Matschepfützen. Ich wünschte es würde regnen. Wenn es nur nicht regnet. Also wir lieben Regen. Bei uns regnet es fast nie. Also wenn Sie sich hier in unserem Land Regen wünschen, müssen Sie nur grillen. Wir können aber trotzdem ein bisschen hüpfen. Schosch ist wirklich ziemlich gut im Hüpfen. Aber ich kann es noch besser. Schau mir mal zu. Genau so musst du es machen. Und jetzt bist du dran, Katinka. Ja gut. Kängurus können wirklich sehr hoch springen. Boah. Da kommt Luisa Löffel. Hallihallo Luisa. Das ist meine Freundin Katinka. Hallo Katinka. Was spielt ihr gerade? Wir spielen gerade Hüpfen. Kaninchen sind die besten Hüpfer. Schaut mal. Das war schon gut, Luisa. Aber du bist lange nicht so gut wie meine Freundin Katinka. Na los. Spring nochmal. Ja? Aber ich will nicht angeben. Na mach schon. Na gut. Oh, das ist hoch. Katinka Känguru ist die Beste im Hüpfen. Da kommt Pedro Pony. Hallo alle zusammen. Hallo Pedro. Das ist meine Freundin Katinka Känguru. Sie ist meine Freundin. Sie hüpft höher als alle anderen auf der Welt. Nein. Niemand kann höher hüpfen als ich. Auf meinem Super-Spezial-Hüpfball. Zeig's ihm Katinka. Aber Pedro hat es doch gut gemacht. Los mach. Na gut. Boah. Katinka Känguru ist wirklich die Beste im Hüpfen. Also ich könnte schon höher springen. Aber ich bin heute ein bisschen müde. Oh. Was war das denn? Es regnet. Wie ich schon sagte. Wenn Sie sich Regen wünschen, brauchen Sie nur zu grillen. Ich fürchte, dann müssen wir jetzt alle ins Haus gehen. Was? Dann verfassen wir ja den Regen. Herr Känguru hat einen großen Schirm, der alle vor dem Regen schützt. Fertig gegrillt. Wer hat Hunger? Ich. Mh. Lecker. Pepper mag Maiskolben. Alle mögen Maiskolben. Der Regen hat aufgehört. Der Regen macht hier alles so frisch und grün. Und nass. Und Matsche. Und so springt man bei uns in Matschepfitzen. Boah. Das macht Spaß. Ich bin die Beste im Hüpfen. Aber keiner kann so gut im Matschepfitzen rumhüpfen wie Peppa Wutz. Ein Tag in Paris. Peppa besucht ihre Freundin Elena Esel in Paris. Sind alle abfahrbereit? Ja, Papa Wutz. Ja, Papa Wutz. Also, Paris. Wir kommen. Mama, wo ist denn Paris? Paris ist in Frankreich. Dahin müssen wir mit einer Fähre fahren. Was ist denn eine Fähre? Haha. Wirst du gleich sehen. Das ist die Fähre. Boah. Hier sind aber ganz schön viele Autos drin. Lasst uns lieber nach oben gehen und ein bisschen frische Seeluft schnuppern. Guck mal, Mama. Das Schiff schaukelt auf und ab. Ja, Peppa. Mama Wutz mag es nicht, wenn das Schiff schaukelt. Die frische Seeluft macht mich ordentlich hungrig. Wer möchte etwas essen? Nein, danke schön. Die Wellen werden größer. Hier. Ich hab dir ein Brot mit Spiegeleiern mitgebracht. Oh. Land, ahoy! Die Fähre ist in Frankreich angekommen. Denk dran, Papa Wutz. Sie fahren hier vielleicht anders als wir. Autofahren bleibt Autofahren, Mama Wutz. Siehst du, es funktioniert hier genauso wie bei uns. Bonjour de la rue. Hallihallo. Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt Guten Tag auf Französisch. Oh, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wutz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Laban. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in Klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Ähm, das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sagen Sie sich nicht, Herr Wutz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Allez, hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindlig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Diese Treppe nimmt einfach kein Ende. Oh je, Papa Wutz sieht nicht, wohin er geht. Er klettert höher und höher und höher. Was für ein herrlicher Blick über Paris. Es sieht toll aus. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wutz? Äh, Herr Wutz? Wo seid ihr denn bloß alle? Papa Wutz ist auf der höchsten Spitze des Eiffelturms. Halt dich fest, Papa Wutz! Ich werde den Rettungsdienst anrufen. Was für ein Glück, dass Sie da sind, Frau Mümmel! Ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Keine Sorge, Herr Wutz. Ich hole sie da wieder runter. Oh, jetzt geht es ja noch viel höher. Was kannst du von da oben sehen? Also, ich sehe einfach alles. Mein Papa hat sich in Paris alles angeschaut. An einem Tag! Ein Picknick im Outback. Pepper ist nach Australien gereist, um Katinka Känguru zu besuchen. Meint ihr, wir hätten Ihnen sagen sollen, dass wir kommen? Guten Tag, Herr Känguru. Oh, Herr Wutz, was für eine Überraschung. Sie hatten uns angeboten, vorbeizukommen, wenn wir mal in der Nähe sind. Oh, ja. Na klar. Katinka, guck mal, wer hier ist. Hallo, Pepper. Hallo, Katinka. Hallo, Schorsch. Kennst du noch meinen kleinen Bruder Konrad? Wow, ja. Krokodil. Wir wollten gerade ein Picknick machen. Kommen Sie doch mit. Ja, bitte. Familie Känguru hat ein eigenes Flugzeug. Wow, ihr habt ein Flugzeug. Ja, wir fliegen zum Picknicken immer mit dem Flugzeug. Alles einsteigen. Seid ihr alle startklar? Ja. Dann geht's los. Und wo machen wir jetzt das Picknick? Unser Lieblings-Picknickplatz ist im Outback. Oh. Mit dem Flugzeug fliegen wir. Was für'n schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Unterwegs ins Outback. Was für'n schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Ich liebe das Outback. Äh, was ist das Outback? Wir fliegen gerade drüber. Oh, das sieht aus wie eine Wüste. Ist es auch. Aber für uns ist das Outback ein besonderer, magischer Ort. Oh. Oh. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. ...verschwendend. Papa, du sollst es trinken. Und nicht damit rumspritzen. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles, australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricket-Schläger. Spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricket-Spieler. Cricket. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Peppa. Du bist raus, Peppa. Haha. Du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh. Der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mitten drin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen. Äh, ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Peppa. Yippie. Das war ein wunderschönes Picknick im Outback. Können wir morgen nochmal so eins machen? Wir können noch tausend andere tolle Sachen machen, solange du hier bist, Peppa. Oh, supi. Gute Nacht. Peppa und Schorsch schlafen tief und fest nach ihrem ersten Urlaubstag bei Katinka Känguru. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo. Lucy Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo, Peppa. Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeinenden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo. Guckt mal, Petrus auf dem Wagen. Hallo. Hallo, Petrus. Ich bin auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo. Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Käpt'n Clef und Klausi Clef. Oh, schau, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Ui. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow. Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Paufer, Paufer, behält dich auf der Art. Mr. Kartoffel kommt heut in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, mein Ballon. Es ist okay, ich hab ihn. Ah. Er fliegt mit mir davon. Hilfe. Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo, Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe. Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich, ich, ich. Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut, dann trag ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe, Hilfe. Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wah, passt ja auf. Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mache es eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert, haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpiksen? Nein, auf gar keinen Fall anpiksen. Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Geschossen. Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön. Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorsch. Schorsch, Linus, ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus, ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sage Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Erdapfel. Mama, Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat. Luzi, ich bin's. Hast du Lust bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Was ist denn, Luzi? Ich komme dann schnell, Luzi. Ich komme dann später, um dich abzuholen. Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr, es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Hm, dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalig aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Luzi. Sch, bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Sch, bitte Ruhe. Sch, bitte Ruhe. Sch, bitte Ruhe. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr, jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt. Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? Schorsch und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche-Pfützen! Und wofür sind Matsche-Pfützen da? Um Märmen herumzuspringen! Alle lieben es, in Matsche-Pfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Teddy-Laus-Bub. Es ist Abholzeit in Peppers Spielgruppe. Papa, Teddy-Laus-Bub kommt uns besuchen. Wer? Teddy-Laus-Bub ist unser Wanderbär. Heute besucht er Peppa zu Hause. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste. Es ist alles in seinem Koffer. Oh, verstehe. Peppa, Papa Wutz und Teddy-Laus-Bub sind zu Hause angekommen. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy-Laus-Bub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy-Laus-Bub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann, Teddy-Laus-Bub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy-Laus-Bub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wundere dich nicht, der redet nicht so viel. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy-Laus-Bub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy-Laus-Bub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy-Laus-Bub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy-Laus-Bub in den Supermarkt. Siehst du, hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. Spaghetti. Das sind jetzt genug Bilder, Schorsch. Spaghetti. Oh, wo ist denn Teddy-Laus-Bub? Teddy-Laus-Bub ist weg. Papa, du hast Teddy-Laus-Bub verloren. Keine Sorge, Peppa. Er taucht schon wieder auf. Hallo. Wie war euer Tag? Papa hat Teddy-Laus-Bub verloren. Oh nein. Aber ich weiß schon, wie wir ihn wiederfinden. Aber wie finden wir Teddy-Laus-Bub wieder, Papa? Zuerst drucken wir alle Bilder aus, die wir von ihm gemacht haben. Mama Wutz packt die Einkaufstaschen aus. Wohin geht ihr? Wir kleben Bilder von Teddy-Laus-Bub an die Bäume. Oh. Papa, warte auf mich. Warum kleben wir die Bilder an die Bäume, Papa? Die Leute sehen die Bilder von Teddy-Laus-Bub und wissen, dass er weg ist. Und dann helfen sie uns suchen. Ah, da ist Teddy in meinem Bett. Und da ist Teddy in der Küche. Und hier sind die Bilder von Sorge. Die aus dem Supermarkt. Oh, Teddy-Laus-Bub. Jetzt weiß ich, wo er ist. Oh, hallo. Mama, wir wissen jetzt, wo Teddy-Laus-Bub ist. Ja, er ist in der Einkaufstasche bei den Nudeln und den Tomaten. Peppa zeigt in der Spielgruppe das Fotoalbum von Teddy-Laus-Bub. Ich dachte schon, dass der Teddy-Laus-Bub bei uns kein spannendes Abenteuer erlebt. Aber zum Glück hat mein Papa ihn im Supermarkt verloren. Aber wir haben ihn wiedergefunden. In der Einkaufstasche. Puh. Das war wirklich ein Abenteuer. Und was für eins. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Hoho, verliere ihn aber nicht nochmal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen! Hurra! Tufti-Tapp, Tufti-Tapp, der Züftler fährt jetzt ab. Keuchen, Schnauf, Keuchen, Schnauf, Tufti-Tuffi-Tapp. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh! Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoi-Oh! Hallo, Opa Clef! Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte! Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrschein wohl verloren. Oh, Jemine! Miau! Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Hehehe! Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Huiiii! Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Hehehe! Tuf di tapp, tapp, tuf di tapp! Hihi! Hallo, Pedro! Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au, ja! Hahaha! Tuf di tapp, tuf di tapp, der Zug fährt auf und ab. Keuch und schnauf, keuch und schnauf, tuff di tuff di tapp. Hihi! 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 Ein Signalpfosten! Der ist auch auf dem Blatt! Hurra! Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Es ist Frau Emte und ihre Freunde! Hahaha! Männo, wir hatten noch gar keinen Tunnel! Oh, es ist dunkel! Wir sind im Tunnel! Hahaha! Männo, wir hatten noch gar keinen Tunnel! Oh, es ist dunkel! Endstation! Alle Mann, bitte aussteigen! Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Hoho, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte! Ähm, Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Äh... Pedro, kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petros Fahrschein! Ja, da habe ich ihn hingetan! Hahaha! Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Luisa Löffel. Wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Peppa und Schorsch spielen mit ihren Freunden Luisa und Linus Löffel. Nach Hause, meine zwei Häschen! Oh, wir wollen aber noch weiterspielen, Mama. Vielleicht ja morgen. Können Peppa und Schorsch morgen zu uns zum Spielen kommen? Ja! Hurra! Warum muss Linus denn weinen? Er hat ein bisschen Angst, die Treppe runter zu gehen. Warum? Wir haben keine Treppen bei uns zu Haus. Was? Keine Treppen? Ja, genau. Du siehst es ja morgen. Wiedersehen! Wiedersehen! Am Morgen besuchen Peppa und Schorsch Luisa Löffel. Mama Wutz kann fahren und ich lese die Karte. Bist du sicher, Papa Wutz? Wir verfahren uns immer, wenn du die Karte liest. Hoho! Wir verfahren uns doch nicht! Na gut! Seid ihr alle fertig? Ja, Mama Wutz! Ja, Mama Wutz! Also, los! Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt. Sie waren noch nie bei Luisa Löffel zu Hause. Papa, wann sind wir endlich da? Laut Karte ist Luisas Haus auf dem nächsten Hügel. Das kapiere ich nicht. Das Haus von Löffels müsste genau hier stehen. Dann sind wir falsch. Hier ist nur ein Garten mit Karotten. Wo mag Luisas Haus bloß sein? Hallo zusammen! Huik! 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 Luisa! Kommst du mit in mein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Aber wo ist denn euer Haus? Peppa kann Luisas Haus nirgendwo entdecken. Dieser Hügel ist unser Haus. Es ist ein Kaninchenbauch. Oh! Ich zeige es euch! Bis später! Bis später! Kommt rein! Wir haben keine Treppen. Wir haben Tunneln. Boah! Luisas Haus ist ganz anders als das von Peppa. Das ist unser Kinderzimmer. Toll! Du hast ein Bett, ein Fenster und eine Spielzeugkiste. Genau wie wir! Na klar! Ich mag dein Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja! Ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte! Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Squeak, squeak! Squeak, squeak! Sehr gut, Peppa-Kaninchen und Schorsch-Kaninchen. Peppa ist gern ein Kaninchen. Schorsch ist gern ein Kaninchen. Kaninchen essen Möhren. Wie lecker! Njam, njam, njam! Mh, wie lecker! Brrrr! Schorsch mag keine Möhren. Er wird sie nicht einmal probieren. Oh, fein! Dann haben wir mehr! Luisa, was tun Kaninchen denn noch gern? Kaninchen hüpfen herum. Kommt mit raus, ich zeig's euch! Wir hüpfen! Squik, squeak! Kaninchen hüpfen gern. Ihr seid richtig gute Kaninchen. Mittagessen, Kinder! Herr und Frau Löffel haben gekocht. Squik, squeak! Luisa hat uns gezeigt, wie ein Kaninchen lebt. Squik, squeak! Hohoho! Dann wird es euch schmecken. Es gibt unsere Leibspeise. Möhren! Wie lecker! Wie lecker! Brrrr! Schorsch wird die Möhren nicht anrühren. Oje, Schorsch! Ich dachte, du bist ein Kaninchen. Und Kaninchen mögen Möhren. Squik, squeak! Brrrr! Brrrr! Oh, Schorsch mag ja Möhren! Und das ist unsere Lieblingstorte. Möhrentorte! Hurra! Mh, Möhrentorte! Schorsch ist jetzt auch ein richtiges Kaninchen. Squik, squik! Töpfern! Peppa und Schorsch sind zum Spielen bei Zoe Zebra. Zoes kleine Schwestern Susi und Sina basteln einen Dschungel aus Knetmasse. Schorsch hat einen Dinosaurier aus Knete gemacht. Brrrr! Peppa und Zoe spielen Picknick mit ihren Kuscheltieren. Einen schönen guten Tag, Herr Affe. Möchten Sie gerne eine Tasse Tee? Uh, uh, uh! Herr Affe sagt ja. Und wie heißt das Zauberwort, Herr Affe? Uh, uh, uh! Das heißt, bitte! Oh, wir haben gar kein Teegeschirr. Wir können uns ein Teegeschirr aus Knete machen. Au, ja! Schorsch, können wir auch was von der Knete haben, bitte? Nein! Susi und Sina, wir würden gern ein Teegeschirr für unser Picknick machen. Nein! Ihr könnt uns ja dabei helfen. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Oh! Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton! So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh! Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig, eine Tasse. Boah! Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte! Hihihi! Das ist ganz glitschig! Hihihi! Ah! So geht das nicht! Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabel so rum. Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wobbelwurm. Hihihi! Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Hihihi! Das ist eine Tasse! Jetzt haben wir zwei Tassen! Ja, aber zu einem Teegeschirr gehören mehr als zwei Tassen. Wir können alle Tassen machen! Hihihi! 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 Schorsch macht immer nur Dinosaurier. Oh, ein furchterregender Saurier. Hihihi! Jetzt müssen wir das Teegeschirr im Ofen brennen. Im Brennofen wird der Ton ganz heiß gebrannt. Davon wird er hart. Das Teegeschirr ist fertig. Hurra! Jetzt malen wir es an. Die Kinder bemalen das Teegeschirr mit schönen leuchtenden Farben. Das Teegeschirr ist fertig. Und jetzt können wir unser Picknick machen. Und für jeden ist eine Tasse da. Oh, wir haben vergessen eine Kanne zu machen. Ich weiß was, der Dinosaurier von Schorsch kann die Teekanne sein. Ja, wir füllen ihn mal mit Wasser. Das ist das beste Teegeschirr auf der ganzen Welt. Natürlich! Ein richtiges Teegeschirr hat einen Dinosaurier als Teekanne. Teekanne! Der Stromausfall. Es ist Abend. Peppa und Schorsch sind im Wohnzimmer und tanzen zu ihrem Lieblingslied. Papa Wutz saugt den Teppich im Flur. Und Mama Wutz arbeitet in ihrem Zimmer etwas Wichtiges am Computer. Oh! 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 Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh! Mama Wutz versucht das Licht einzuschalten, aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrisität? Elektrizität. Das ist, was alles hier am Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrisität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar. Ich geh sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Hoho! Natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das da hingestellt? Oh! Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha! Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, Schorsch. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Die Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Hohoho! Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Elektrizität wiederkommt. Und wie lange dauert das? So ganz genau? Ähm, ich würde sagen, ganz genau eine lange Zeit. Oh, aber Schorsch und ich wollen doch noch weiter tanzen. Ich weiß, was wir machen können. Wir können ein bisschen Fernsehen gucken. Oh, er geht nicht an. Der Fernseher braucht auch Elektrizität. Wirklich? Ja. Und was sollen wir jetzt machen? In alten Zeit, als es noch kein Fernsehen gab, mussten sich die Kinder selbst Spiele ausdenken. Hm. Ich weiß was. Ich brauche einen Pappkarton. Was hat Peppa vor? Mama, schneidest du mir ein Loch in diese Kiste? Wofür? WhatsApp. Mama Wutz schneidet ein Loch in den Pappkarton. Bitte sehr, Peppa. Danke. Ihr setzt euch jetzt bitte alle Nacht da. Papa. Und Schorsch? Du leuchtest mit der Taschenlampe auf mich. Ähm, hier sind die Peppa Wutz Nachrichten mit mir. Peppa Wutz. Peppa hat sich ihren eigenen Fernseher gebastelt. Heute hat die ganze Welt aufgehört zu funktionieren, wegen eines Stromausfalls. Die ganze Elektrisität ist verschwunden. Sehr gut, Peppa. Papa Wutz sagt, bis die Elektrisität wiederkommt, dauert es ganz, ganz lange. Oh. Die Elektrizität ist wieder da. Hurra. Ruhe. Ich bin noch nicht fertig. Mach das Licht wieder aus. Na gut, Peppa. Gut. Ich habe nämlich noch sehr wichtige Neuigkeiten. Die Königin hat noch irgendwo Elektrisität gefunden und gesagt, wir können jetzt alle wieder glücklich sein. Sehr gut, Peppa. Hurra. Komm, tanzen. Peppa hat der Stromausfall Spaß gemacht, aber jetzt ist sie froh, dass die Elektrizität wieder da ist. Schatten. Es ist ein schöner, sonniger Tag und Peppa, Schorsch und Luisa Löffel spielen Schweinchen in der Mitte. Fang, Peppa. Fang, Luisa. Schorsch ist das Schweinchen in der Mitte. Oh, Schorsch versucht den Schatten des Balls zu fangen. Dummer Schorsch, das ist doch nicht der Ball. Das ist bloß sein Schatten. Guck. Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, Schorsch. Schorsch. Schorsch versucht seinem Schatten davon zu laufen. Du kannst deinem Schatten nicht davon laufen. Du musst rennen, um ihm loszuwerden. Peppa versucht ihrem Schatten weg zu rennen. Oh, er ist ja noch da. Mähehe. Hallo alle zusammen. Hallo Luzi. Wir versuchen gerade unseren Schatten davon zu laufen. Aber niemand kann doch seinem Schatten davon laufen. Oh. Dazu braucht ihr einen Roller. Hui. Luzi versucht ihrem Schatten davon zu fahren. Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da. Oh. Hallo zusammen. Da kommt der Elefant mit Emily und Edmund. Hallo. Wir versuchen gerade unseren Schatten davon zu laufen. Man kann niemals seinem Schatten davon laufen. Ich weiß. Wir sind einfach nicht schnell genug. Nein, Luzi. Es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht. Siehst du? Mein Schatten ist und bleibt unter mir. Renn schneller. Selbst wenn ich noch schneller renne, bleibt mein Schatten unter mir. Papa. Dein Schatten ist zu riesig. Der bremst dich einfach. Du irrst dich, Emily. Dein Schatten bleibt immer bei dir. Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauf treffen, dann macht das einen Schatten. Seht her. Ich habe den größten Schatten, weil ich der größte von uns bin. Und Schorsch und ich haben die kleinsten Schatten, weil wir nämlich die kleinsten sind. Sehr schlau, Edmund. Ich bin eben ein Schlauberger. Wem gehört denn dieser Schatten? Das ist der größte Schatten von der Welt. Er muss wohl einem Riesen gehören. Er gehört zu keinem Riesen. Nein, dieser Schatten ist der Schatten einer Wolke. Boah! Was für eine komische Wolkenart ist das denn? Ähm, es ist eine große Wolke. Man nennt sie Stratocumulus. Ach ja. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Guckt! Unsere Schatten werden ja länger. Oh! Das ist, weil die Sonne über den Himmel wandert und untergeht. Gleich wird es dunkel. Mein Schatten ist verschwunden. Ja, Emily. Wenn die Sonne untergeht, verschwinden alle Schatten. Peppa! Schorsch! Schlafenszeit! Wir kommen, Papa! Auf Wiedersehen, ihr alle! Auf Wiedersehen! Es ist Schlafenszeit. Es ist ein bisschen schade, dass mein Schatten jetzt weg ist. Sei nicht traurig, Peppa. Auch das elektrische Licht wirft Schatten. Und wir können Schattenspiele machen. Mama Wutz formt mit ihren Händen Schattenfiguren. Es ist ein Vögelchen. Hört mal, was es singt. Piep, piep, ich bin ein kleiner Vogel. Ich bin dran. Peppa formt eine Spinne. Ich bin der Herr Spaghettibein. Oh, wie gruselig. Jetzt macht Schorsch eine Schattenfigur. Was ist denn das, Schorsch? Sautier. Schorsch hat einen Dinosaurierschatten gemacht. Der ist wirklich gruselig. Gut gemacht, Schorsch. Zeit, um das Licht auszumachen. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Gute Nacht, ihr Schatten. Gute Nacht, Schatten. Das neue Haus. Papa Wutz arbeitet in seinem Arbeitszimmer. Pfff. Was machst du denn da, Papa? Ich baue ein neues Wohnhaus. Das ist aber nicht groß. Ist es etwa ein Haus für Elfen und Feen? Nein, schau. Das ist ein Modell. Das richtige Haus wird viel, viel größer sein. Aha. Die Zeichnung zeigt, was später alles gebaut werden muss. Ich glaube, da fehlt noch was, Papa. Siehst du? Peppa hat eine Schaukel vor dem Haus gezeichnet. Perfekt. Möchtet ihr das neue Haus gern sehen? Oh ja, sehr gern. Papa Wutz fährt mit Peppa und Schorsch zu dem Haus, das er gerade baut. Da sind wir schon. Aber Papa, da steht doch kein Haus. Das liegt daran, dass der Bau noch gar nicht angefangen hat. Bagger, Bagger. Da sind Herr Bulle und seine Freunde. Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen. Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht. Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen. Guten Tag, Herr Wutz. Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus. Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer. Herr Wutz möchte ein Haus. Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz. Aus Steinen, bitte. Wie Sie wünschen. Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch. Kann ich helfen? Schorsch will auch helfen. Na klar, Schorsch. Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin. Das sieht aus wie Blubbermatschepampe. Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe. Sie klebt nämlich Steine zusammen. Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne. Gut gemacht. Ich mache den Rest. Steine muss man gerade und gleichmäßig mauern. Seht ihr? Reihe für Reihe. Das dauert aber ewig. Genau. Und wirst du heute damit fertig? Hoho, nein. Man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür bis morgen. Gut. Bis morgen, Herr Bulle. Wiedersehen. Tschüss. Schorsch hat den Klebematsch hingeklatscht. Und ich habe den Stein draufgemauert. Das klingt alles sehr aufregend. So, jetzt macht die Augen zu und schlaft. Es ist morgen. Peppa und Schorsch können es nicht erwarten, das neue Haus zu sehen. Es ist fertig. Es ist fast fertig. Jetzt muss es noch geprüft werden. Herr Löffel ist der Bauprüfer. Ja, sehr gut. Moment, es ist noch gar nicht fertig. Was? Sie haben die Schaukel vergessen. Oh nein, haben wir nicht. Dankeschön, Herr Bulle. Jetzt ist alles fertig. Unsere neuen Nachbarn können einziehen. Nachbarn? Genau, Peppa. Wir bekommen neue Nachbarn. Herr Wolf und seine Familie ziehen in ihr neues Zuhause. Schaut mal her. Kleine Schweinchen. Hallo, ich bin Wendy Wolf. Ich bin Peppa Wutz. Danke, dass Sie unser Haus gebaut haben, Herr Wutz. Woraus besteht es? Aus Stroh oder Holz? Es besteht aus Steinen. Na, mal schauen, wie stabil es ist. Ich huste und ich proste und ich... Hm, es ist stabil. Und woraus ist Ihr eigenes Haus gebaut, Herr Wutz? Steine. Also vergessen Sie es lieber gleich. Oh, eine Schaukel. Die Schaukel war meine Idee. Die ist ganz toll. Und jetzt bist du dran. Kannst du mich anschubsen? Nein. Ich huste und proste dich lieber an. Bendy Wolf hat Geburtstag. Heute feiert Wendy Wolf ihren Geburtstag. Und sie hat alle ihre Freunde eingeladen. Herzlichen Glückwunsch, Bendy. Dankeschön, ihr alle. Herr Wolf bläst für die Party Luftballons auf. Erst huste ich, dann puste ich und dann blase ich die Ballons auf. Ich liebe Luftballons. Ich auch. Und ich auch. Und ich. Alle mögen Luftballons. Los, kommt, wir tanzen. Die Ballons dürfen nicht auf den Boden fallen. Hör auf, zieh in die Luft. Das macht Spaß. Hier kommt Frau Wolf. Wer möchte Seifenblasen? Ich, ich, ich. Alles klar. Ich huste und ich puste und dann blase ich Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen. Sie sind ein bisschen wie Luftballons. Aber sie klappen, wenn man sie anfasst. Guck. Uh, seht ihr, ich hab sie zerplatzt. Oh, alle Seifenblasen sind geplatzt. Wir machen einfach neue Seifenblasen. Wer will als erstes? Ich, ich, ich. Los geht's. Hurra. Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf. Erst müsst ihr husten. Hust. Und dann müsst ihr pusten. Pust. Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guckt mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Ähm. Man heult. Au. Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au. Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au. Au. Boah. Wer war das denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au. Es muss ein wildes Tier sein. Ah. Au. Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh. Du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Oh. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh. Damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Hurra. Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus. Ganzer Stöckchen. Ah. Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Ah. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das war ganz einfach. Häuser aus Stöckchen sind leicht umzublasen. Ich vergesse es immer wieder. Woraus besteht ihr Haus, Papa Wutz? Es ist aus Ziegelsteinen gebaut. Nicht aus Stroh? Aus Steinen. Oh, natürlich. Das war eine tolle Party, Wendy. Ja, das war der beste Geburtstag aller Zeiten. Au. Au. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Das Gewächshaus von Opa Wutz. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Peppa und Schorsch. Oh. Schorsch hat einen Ball gefunden. Ah. Vorsichtig, Schorsch. Das ist mein Gewächshaus. Die Wände sind ganz aus Glas. Sie sind sehr zerbrechlich. Oh. Fußbälle gehören nicht in die Nähe von Gewächshäusern. Hey, wer wirft hier Bälle gegen mein Gewächshaus? Ah. Wie heißt es noch? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Fußbällen werfen. Du hast zuerst geworfen und beinahe mein Gewächshaus zertrümmert. Das nennst du Gewächshaus? Diesen Haufen kaputter Fensterscheiben? Immerhin reicht's für meinen Tomatenanbau. Mich wundert, dass du in dem Müllhaufen überhaupt was anbaust. Immer noch mehr als du in deiner feinen Glaskiste. Opa Wutz und Opa Kleff sind die allerbesten Freunde. Opa, warum ist dein Gewächshaus aus Glas, wenn doch Glas so schnell zerbricht? Weil ich darin Pflanzen anbaue. Kommt, ich zeig es euch. Diese Pflanzen lieben Sonnenlicht. Und das Glas lässt das Licht herein. Ui, diese Pflanze riecht ja köstlich. Ach, das ist bloß Basilikum. Oma Wutz hat nur ein paar Samen in den Topf geworfen und schon wächst es. Oh. Jetzt zeig ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht grad sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach... gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Kleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Hallöchen. Opa Kleff. Ah, Oma Wutz. Wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Pepper, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Hm, lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebraucht? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaffe sie eh nicht allein. Danke schön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeug. Kommt, ich zeige es euch. Sehr beeindruckend. Verrätst du mir das Geheimnis, wie man Basilikum anbaut? Also, es ist recht schwierig. Als allererstes musst du... Man wirft ein paar Samen in den Topf und schon geht's los. Du meinst, das Basilikum wächst ganz von allein? Äh... Ja. Ist schon Zeit für das Abendessen, Oma? Oh, meine kleinen Schätzchen, ihr habt sicher großen Hunger. Bereiten wir jetzt den Tomatensalat zu. Erst die Tomaten in Scheiben schneiden, ein paar Tröpfchen Olivenöl hinzugeben, eine Prise Pfeffer, ein winziges bisschen Salz und zu guter Letzt diese köstlichen Basilikum-Blätter. Greif bitte zu. Mh, 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 mh. Mh, mh. Grandiose Tomaten. Verdanken wir meinem Gewächshaus. Mh, alaka Basilikum. Verdanken wir meinem Gewächshaus. Das ist der beste Tomatensalat, den ich jemals gegessen hab. Mia Maulwurf Peppa und ihre Freunde gehen heute in die Spielgruppe Guten Morgen, ihr lieben Kinder Guten Morgen, Madame Gazelle Heute kommt eine neue Freundin zu uns Hallo, ich bin Mia Maulwurf Ich bin sicher, dass ihr Mia herzlich willkommen heißt Hallo Mia Peppa und Luisa, ihr kümmert euch ein bisschen um Mia, ja? Ja, Madame Gazelle Alle spielen draußen Mia, hast du denn schon mal in einem Sandkasten gespielt? Man kann zum Beispiel Sandburgen bauen oder buddeln Manche vielleicht so Boah, du kannst aber gut buddeln Ja, ich bin ein Maulwurf Maulwürfel können gut buddeln Die Eltern holen ihre Kinder ab Komm jetzt, Luisa Hallo Mia Das ist Frau Maulwurf Hallo Mami Darf meine neue Freundin Peppa mit zu uns nach Hause kommen? Natürlich darf sie das Hallo Papa Darf ich meine neue Freundin Mia Maulwurf besuchen? Warum nicht? Warum nicht? Ich hole dich dort später ab Peppa fährt mit Mia Maulwurf nach Hause Das da ist mein Haus Aber das ist doch Luisas Haus Luisa Löffel wohnt in dem Hügel Hallöchen Hallo Luisa Hallo Luisa Mia ist meine neue Nachbarin Aber wo wohnst du denn hier? Ich wohne unter Luisas Haus drunter Schau es dir an Maulwürfel leben unter der Erde Mein Haus ist noch nicht fertig Mein Papa baut es ja immer noch Aha Das ist Herr Maulwurf Er kann sehr gut buddeln Wie findest du dein neues Kinderzimmer Mia? Es ist gemütlich und schön Das ist meine Freundin Peppa Guten Tag Herr Maulwurf Freut mich dich kennenzulernen Papa Wutz möchte Peppa abholen Hallo Hallo Hallöchen lieber Herr Wutz Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie wo Mia Maulwurfs Familie wohnt? Ja sie sind direkt unter uns eingezogen Sie wohnen unter Ihnen? Ja das ist ziemlich aufregend Hallo Papa Da sehen Sie ja Herr Wutz Kommen Sie rein Ho ho Wir sind noch im Umbau Entschuldigen Sie die Unordnung Oh Bei Umbauarbeiten bin ich sozusagen eine Art Fachmann Sagen Sie Bescheid wenn Sie ein Rad brauchen Das ist sehr nett von Ihnen Ja man braucht eine Menge Fachleute Wenn man ein Haus bauen will Klempner, Elektriker, Architekten Eigentlich bauen Herr Maulwurf und ich unser Haus ganz alleine Ach so Guten Tag Herr Wutz Hallo Herr Maulwurf Äh Interessant was Sie hier gebaut haben Danke Ein bisschen buddeln müssen wir noch Womit stützen Sie denn die Decke ab? Mit Stahl oder mit Betonstützen? Stützen? Was denn für Stützen? Naja Das Gute am Hausbuddeln ist Man kann tun was man will Wo man will Man kann hier eine Tür buddeln Oder man buddelt sie hier Oder man buddelt sie sogar hier Äh Hallo Herr Löffel Oh Hallo Hallo Herr Maulwurf Ich habe gerade einen Durchgang in Ihren Fußboden gebuddelt Ein Durchgang im Fußboden? Oh Eine gute Idee Tesschen Tee gefällig? Mit wem sprichst du da Herr Maulwurf? Ich habe mich mit Herrn Löffel unterhalten Hallo Frau Maulwurf Oh Schön Sie zu sehen Herr Löffel Was machen die Bauarbeiten? Wir sind bald fertig Oh ganz reizend Ganz reizend Toll dass wir ein Loch zwischen unseren Häusern haben Jetzt kannst du immer zu mir spielen kommen Wenn du Lust dazu hast Ja und du kommst immer zu mir Wenn du Lust dazu hast Ich finde es schön Dass du hier wohnst Ich finde das auch sehr schön Bist du jetzt meine beste Freundin? Ja gerne Mia Maulwurf und Luisa Löffel Sind beste Freundinnen Der Wochenmarkt Heute ist Wochenmarkt Es gibt viele Stände mit frischen Lebensmitteln Äpfel 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 frisch vom Baum Käse Stinke Käse Fisch Ganz frischer Fisch An jedem Marktstand gibt es nur eine Ware Äpfel Käse Fisch Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles Violinen Eiercreme Raketenangriebe Pepper will mit ihrer Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen Frische Äpfel Wir würden gerne Äpfel bei Ihnen kaufen Was für Äpfel möchtet ihr? Große, kleine, rote, grüne? Wir hätten sehr gern die allerleckersten Äpfel Dann probier mal Mh, sehr lecker Eine Tüte sehr leckere Äpfel, bitte Danke schön Käse Käse Yum, yum Schorsch liebt Käse Ich habe heute einen sehr würzigen Käse dabei Sie sollten unbedingt mal daran schnuppern, Papa Wutz Der Geruch des Käses hat Papa Wutz einfach umgehauen Wow, also das nenne ich mal einen strengen Käse Exquisit, nicht wahr? Mh, yum, yum Schorsch liebt Stinkelkäse Den möchten wir gerne kaufen Natürlich Dankeschön Fisch, ganz frischer Fisch Können wir bitte etwas Fisch bei Ihnen kaufen? Okay, ich habe hier Forellen, Schelfisch, Makrillen und Tintenfisch Was darf es denn sein? Die sehen alle gut aus Dann nehmen Sie doch von jeder Sorte ein Dann können Sie ein leckeres Fischeintopf machen Fischeintopf, köstlich Dann bitteschön Haben Sie vielen Dank Fisch, Äpfel, Käse Jetzt kommt der Stand von Herrn Fuchs Bananen, Bohrmaschinen, Handtaschen Ich verkaufe einfach alles Was möchten Sie? Gar nichts, danke schön Wir haben schon alles, was wir brauchen Äpfel, Käse und Fisch Warum sind Sie nicht zuerst zu mir gekommen? Das habe ich doch auch alles Sie verkaufen Äpfel? Und wie? Schaust du sich mal diese Äpfel an? Die bestehen ganz aus Holz Äpfel aus Holz? Pfiffig, oder? Meine Äpfel halte ewig Was haben Sie denn noch gekauft? Käse Käse? Ich habe hier alle Käsesorten der Welt Die riechen aber nicht nach viel Ja, weil sie aus echtem Plastik sind Sie sind aus Plastik? Ja, die Halte garantiert ihr ganzes Leben lang Kaufen Sie einen, nehmen Sie vier Nein, vielen Dank, Herr Fuchs Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe Bei mir hätten Sie besseren bekommen Auf Plastikfisch verzichten wir lieber Das ist kein Plastik Oder vielleicht doch Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug Hören Sie mal Er singt Und er braucht nur 24 Batterien Boah, der ist aber schön Findet ihr nicht auch? Äh Können wir den haben, Papa? Nein Bitte Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen Es tut mir leid, Pepper Aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch Okay Vielen Dank, Herr Fuchs Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China Die nie zerbricht Weil sie nämlich aus Plastik ist Die Vase ist ganz bezaubernd Aber wir brauchen wirklich nichts mehr Oh Es regnet Ah, jetzt werden wir ja ganz nass Kein Problem Darf ich genau das Richtige? Regenschirme Die nehmen wir Ja, vier Regenschirme bitte Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind Ja, vielen Dank, Herr Fuchs Und das Allerbeste ist Heute gilt Beim Kauf von vier Regenschirmen Bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt Oh, suppi Pepper liebt Wochenmärkte Alle lieben Wochenmärkte Baggerland Pepper und Schorsch fahren heute ins Baggerland Bagger, Bagger Schorsch mag Bagger Und ich mag Bagger auch Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren Boah Da ist Mr. Kartoffel Herzlich Willkommen im Baggerland Hier werden eure Baggerfahrerträume wagen Hier ist die Sandbaggerstation Oh Pepper und Schorsch, rauf mit euch Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand Das macht Spaß Sehr gute Arbeit, Kinder Und jetzt drehen wir den Eimer um Klopfen oben drauf Und vorra Hurra Pepper und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation Stapelt die bunten Würfel zu einem Mauer An die Arbeit, Mama Jawohl, Pepper Schneller strampeln, Mama Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Pepper Noch ein Würfel Fertig Eine echte Mauer Schorsch fährt einen Abrissbagger Oh je, Schorsch hat Peppers Mauer abgerissen Schorsch, du freches Schweinchen Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab So macht das Baggerland Das ist ein Greifarmautomat Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne strampeln Mama und Papa Wutz Bitte strampeln Pepper und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis Oh Es gibt Mr. Kartoffelpuppen und Dinosaurier zu gewinnen Saudier Einverstanden, Schorsch Wir angeln nach dem Dinosaurier Mehr zu mir, Schorsch Nein, nein Da lang Zurück Zu mir Runter Hurra Wir haben den Dinosaurier Dinosaurier Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm Versuch's doch mal Oh nein Jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht zu schwer für den Greifarm Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten Oh Oh Ohne das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrermedaille verdient Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer Hurra Danke für den Besuch im schönen Baggerlande Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr Tschüss Wiedersehen Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren Stop Es ist Herr Bulle Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer Bagger, Bagger Ähm, Herr Bulle Dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein Kinder können noch nicht Bagger fahren Aber wir waren im Baggerland Und wir haben Medaillen Oh Das ist was anderes An Bord mit euch Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe auf die Knöpfe zu drücken Also dann los Drückt auf den Knopf Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen Tut mir leid, Herr Bulle Ha, 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 ha Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab So macht Baggern richtig Spaß Peppa und Schorsch lieben Bagger. Alle lieben Bagger. Experimente mit Papa Wutz. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Stopp! Aber Herr Bulle, was machen Sie denn mit unserem Spielplatz? Wir buddeln ihn auf. Herr Bulle liebt es zu buddeln. Hallo! Papa, warum bist du denn auch hier? Ich arbeite mit Herrn Bulle. Es sieht so aus, als würde Herr Bulle die Masterarbeit machen. Herr Bulle baut den Spielplatz nur. Ich mache die harte Arbeit, nämlich die Planung. Das funktioniert aber nur mit Wissenschaft. Das scheint mir sehr interessant zu sein, Papa Wutz. Ist es auch. Könnten Sie den Kindern vielleicht etwas von dieser Wissenschaft beibringen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Fangen wir erst mal ganz simpel mit einem Experiment an. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? Ein. Einhundert. Zehnhundert. Das hat ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung. Aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Ich! Oh! Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Haarruc! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Haarruc! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Baukötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh! Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Äh, die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja! Wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfitze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen. Und fertig ist die Matschepampe. Pepper, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Pepper. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und matschepfützen herzustellen, ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Beton benutzen wir, um das Loch auf eurem Spielplatz aufzufüllen. Zuerst ist er noch ganz feucht und weich wie Matsche. Aber wenn er trocken wird, ist er hart wie ein Stein. Jetzt ist er noch weich und geschmeidig wie Kartoffelbrei. Schaut mir mal gut zu. Seht ihr, es ist wie im Moorbad. Wer kann mir denn nun sagen, was als nächstes passiert? Der Beton trocknet und wird hart. Ganz genau. Der Beton wird hart wie Stein. Ähm, Papa Wutz, ich würde sagen, Sie kommen schnell raus, bevor er trocknet. Kleinen Moment bitte noch, Herr Bulle. Ich unterhalte mich gerade mit den Kindern. Ja, schon, aber... Seht ihr, der Beton ist immer noch matschig. Ganz matschig. Jetzt schaut. Und all das verdanken wir der Wissenschaft. Und, Herr Bulle, äh, was wollten Sie mir gerade sagen? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie besser herauskommen sollten, bevor der Beton hart wird. Papa Wutz steckt fest. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich werde Sie schnell wieder befreien. Und wie? Ich werde den Spielplatz aufbuddeln. Papa Wutz wird nicht gern aus dem Beton gebuddelt. Aber allen anderen macht es Spaß. Das Bastelprojekt. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, wer kann mir sagen, was das ist? Das ist eine Burg. Das ist richtig, Klausi. Und nun bitte ich euch, nach Hause zu gehen und für euer Bastelprojekt eine Burg zu basteln. Boah! Ihr könnt eure Burg aus allem alten Krimskrams basteln, den ihr zu Hause habt. Pape, Plastikflaschen, Eierkartons. Da braucht Glitzer drauf. Bitte nicht zu viel Glitzer. Er ist sonst überall. Kann ich eine große Burg bauen? Baue sie so groß, wie du magst. Ihr könnt eure Fantasie dabei völlig freien Lauf lassen. Bei Familie Wutz ist Frühstückszeit. Mama, Papa, ich habe sehr gute Neuigkeiten. Und welche, Peppa? Wir machen mal wieder ein tolles Bastelprojekt. Oh, Bastelprojekt? Oh, was denn für eins? Jeder bastelt zu Hause eine Burg. Okay. Warum nimmst du nicht diesen leeren Müsli-Karton? Obendrauf zwei Joghurtbecher. Und was hast du dann? Ein Karton mit zwei Bechern. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Peppa, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unsere Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja, danke. Äh, aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz, wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Äh, nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra. Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo. Kann ich bitte mit Pepper sprechen? Pepper, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Äh, was hältst du von diesem Turm, Pepper? Sehr gut. Aber noch etwas zu pappkartonartig. Hm, vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Pepper. Was sagst du, Pepper? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Hm, jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Oh, ähm, mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, ähm, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Pepper und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Feenpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hier reinzubringen. Ach, wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Pepper und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Wutz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Wutz. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz. Du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss ganz voller Enten. Entenland. Wir fahren zum Entenland. Pepper und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo. Wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Wenn wir... Picknick machen. Pepper und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa. Wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's. Unser Picknick ist alle. Enten. Sag Dankeschön zu Papa Wutz. Ho, ho, ho. Sehr gern geschehen. Ich liebe Entenland. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher? Ja, fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau. Das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Vorzeug der Zukunft. Guckt mal. Da sind ja Opa Clef und Klausi Clef. Ahoy auch, Papa Wutz. Äh, Ahoi auch. Wir schippern übers Wasser in unserem Wohnmobil. Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir sind zu Hause. Danke für den schönen Urlaub, Frau Wohnmobil. Ha, ha, ha. Aber gern. Es war mir ein Verblenden. Es ist schön, im Urlaub zu sein. Aber am allerschönsten ist es doch in unserem eigenen Haus. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Der Regenbogen. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug in die Berge. Wann sind wir denn endlich da? Noch nicht ganz, Peppa. Wir können ja ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Meine ist orange. Meine ist rot. Schorsch. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau. Fein. Ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Los geht's. Da kommen Molli und Frau Mieze in ihrem grünen Auto. Haha, grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gewonnen. Hallo Molli. Miau. Hallo Peppa. Da kommen Klausi und Opa Kleff in ihrem orangenen Abschleppwagen. Orange. Ich habe gewonnen. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Hoho. Da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi. Hallo. Hallo Peppa. Ja, Schorsch. Es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Ähm, es ist rot. Gewonnen, gewonnen. Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da. Hurra. Guckt mal, was für eine schöne sonnige Aussicht. Ah. Oh je. Es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne sonnige Aussicht? Äh, da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo Frau Mümmel. Hallo Papa Wutz. Viermal Eiscreme bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pistazie, Orange, Erdbeere und Blaubeere bitte. Ja, gerne. Schaut mal, was ich hier habe. Eiscreme. Oh, das sind ja unsere Lieblingsfarben. Ganz genau, grün für mich, orange für mich, Erdbeerrot für mich und Schorsch bekommt Blau. Guckt mal, die Sonne kommt raus. Ja, und das ist noch nicht alles. Ein Regenbogen. Peppa und Schorsch lieben Regenbogen. Einen Regenbogen kann man nur sehen, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet. Oh. Er leuchtet genau in unseren Lieblingsfarben. Ja. Rot und orange und grün und blau. Und wisst ihr auch, was man am Ende des Regenbogens finden kann? Nein. Dort ist ein Schatz versteckt. Oh, können wir den Schatz suchen gehen? Jetzt gleich? Na gut. Sieht so aus, als wäre das Ende des Regenbogens auf dem nächsten Hügel. Los geht's! Hui! Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kommt zur Welt. Regenbogen, Regenbogen. Rot und orange und gelb und lila und blau und grün. Regenbogen, Regenbogen. Regenbogen, die Sonne scheint und Regen fällt. Wir sind da. Oh. Wo ist der Regenbogen hin? Er ist zum nächsten Hügel gehüpft. Du frecher Regenbogen. Komm, wir fangen ihn ein. Die Sonne scheint und Regen fällt. Der Regenbogen kommt zur Welt. Es hat aufgehört zu regnen. Und der Regenbogen ist weg. Wääh! Sei nicht traurig, Schorsch. Vielleicht hat der Regenbogen ja einen Schatz dagelassen. Ja, da drüben ist irgendwas. Hast du den Regenbogenschatz gefunden? Ja, allerdings. Eine große Matschepitze! Hurra! Das ist der beste Regenbogen, Schatz von allen. Pedro hat Husten. Heute ist Musikstunde in der Spielgruppe von Madame Gazelle. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Entschuldigung, Madame Gazelle. Oje, Pedro hat Husten. Nur keine Sorge. Ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Hallo, Doktor. Ihr spricht Madame Gazelle. Ein Kind ist krank. Keine Panik. Ich bin schon unterwegs. Was fehlt denn dem Patienten? Ich hab ganz doll Husten. Verstehe. Kratzt es dich denn im Hals oder eher in der Brust? Ähm, ich weiß nicht genau. Aber wenn ich huste, klingt das so. Und wann hast du diesen Husten bekommen? Als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes. Aber Petros Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Bäh. Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Dr. Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen. Dachte ich's mir doch. Petros Husten ist ansteckend. Klausi, Kleff und Luzi Locke haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Bäh. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh. Nach ekligem Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch gut tun. Wirst du eigentlich nie krank, Dr. Braunbär? Nein, Pepper. Ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Wiederschön. Wiedersehen. Die Spielgruppe ist aus und die Eltern holen ihre Kinder ab. Mama, Papa, ich habe Husten. Dr. Braunbär war da und hat nachgeschaut. Wir mussten scheußliche Medizin nehmen. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt ihr Lied singen? Natürlich, Pepper. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Sie ist ... Oh je, alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Hallo zusammen. Alle haben Petrus Husten, richtig? Also dann, der Reihe nach. Schön Mund aufmachen. Oh. Es schmeckt nach Vanillepudding mit alten Socken. Danke, dass Sie sich um uns gekümmert haben, Dr. Braunbär. Wer kümmert sich denn um Sie, wenn Sie mal krank sind? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin nie krank. Oh je, Dr. Braunbär hat sich mit Pedros Husten angesteckt. Nicht so schlimm. Wiedersehen. Wiedersehen. Armer Dr. Braunbär. Jetzt ist er selber krank und hat keinen, der sich um ihn kümmert. Oh. Besuch um diese Zeit? Hallo. Wir wollen uns um Sie kümmern. Hier haben Sie Obst. Und noch ein paar Kissen. Und hier ist Ihre Medizin. Das schmeckt ja wie Marmeladenteppichputinjoghurtsocken. Jetzt singen wir noch was. Dann geht's Ihnen bald besser. Herr Bulle reißt die Straße auf. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug zum Spielplatz. Sind alle zur Abfahrt bereit? Ja, Papa Putz. Dann geht's los. Wir fahren auf den Spielplatz. Wir fahren auf den Spielplatz. Peppa und Schorsch lieben es, auf den Spielplatz zu gehen. Oh. Warum haben wir denn gestoppt? Da ist ein Verkehrsstau. Aber wie kommen wir denn jetzt zum Spielplatz? Keine Sorge, Schorsch. Die Autos fahren gleich wieder weiter. Stopp. Herr Bulle hält den Verkehr an. Wo ist das Problem, Herr Bulle? Wir reißen jetzt die Straße auf. Das Wasser kommt ja aus dem Boden raus. Ja. Um das zu reparieren, sind wir hier. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Wir drehen das Wasser. Schorsch liebt Kräne. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh weh. Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Kommt ihr Spinne in den Sandkasten? Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Oh. Aber dauert das denn lange? Es dauert genauso lange, wie es dauert. Zuerst graben wir ein Loch. Rum. Dann schütten wir es wieder zu. Rum. Und schon ist die Straße fertig. Hurra. Peppa, Schorsch, Zeit nach Hause zu fahren. Oh weh, Schorsch möchte noch nicht nach Hause. Na komm schon, Schorsch. Auf dem Heimweg sehen wir noch mal, wie Herr Bulle die Straße aufreißt. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Peppa. Peppa und Schorsch freuen sich schon darauf, Herrn Bulle wieder zu treffen. Rum. Da wären wir. Oh. Herr Bulle ist nicht mehr da. Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause. Ah. Herr Bulle ist dran. Rum. Oh. Stopp. Oh. Ist das Wasserrohr schon wieder kaputt? Nein, Peppa. Diesmal sind es kaputte Elektrizitätsleitungen. Und wie reparieren Sie? Wir reißen die Elektrizitätszeitungen. Wir reißen die Straße auf. Hurra. Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Zahlen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Hallo, Kinder. Heute lernen wir gemeinsam alles über die Zahlen. Weiß jemand von euch, wofür Zahlen da sind? Sind Zahlen nicht zum Zählen da? Ja, Peppa. Wer von euch kann denn schon zählen? Ich. 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 Okay, Pedro. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Pedro hat bis vier gezählt. Gut gemacht, Pedro. Kann jemand schon weiter zählen als bis vier? Ich. 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 Luisa. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Luisa hat bis sieben gezählt. Ausgezeichnet, Luisa. Madame Gazelle? Ja, Molly? Meine Mama kann bis zehn zählen. Boah. Ja. Nach sieben kommt acht, neun, zehn. Acht, neun, zehn. Sehr gut. Es ist Spielzeit. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen Gansalchenspringen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß was. Wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zoe gewinnt. Hurra. 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 Hihi. Hihi. Pedro. Möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Peppa. Ich mache Hula-Hup. Drulla-Rulla. Drulla-Rulla. Drulla-Rillerei. Hula-Hup. Hula-Hup. Eins. Zwei. Drei. Oh. Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million. Und drei. Boah. Das ist oft. Los. Wir zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Das waren acht. Ich bin geradezu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du Hula-Hup, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann Hula-Hup mit ihrem Rüssel. Hurra. Das waren bestimmt schon einhundert. Schorsch will gerne Boxspringen. Schorsch liebt Boxspringen. Also Boxspringen für alle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Die Spielzeit ist vorbei. Madame Gazelle, wir können jetzt alle bis zehn zählen. Sehr, sehr gut. Aber dafür müssen wir alle spielen. Natürlich. Linus, Edmund, bitte holt das extra lange Springseil. Hallo. Ich möchte Peppa und Schorsch abholen. Papa, du bist zu früh. Oh. Nicht so schlimm. Sie können ja mitspielen. Oh, gerne. Seid ihr alle fertig? Fertig. Zählen bis zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh. Sie sehen schlapp aus, Papa Wutz. Ich bin fit. Ich könnte bis hundert springen. Gute Idee, Papa Wutz. Bis einhundert. Äh. Lieber bis zwanzig. Na gut. Bis zwanzig. Einzel. Der Rettungswagen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute kommt Dr. Bär, um uns einen Rettungswagen zu zeigen. Ich mag Rettungswagen. 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 Macht der Rettungswagen auch Nina, 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 Nina. Ja, danke schön, Freddy. Das macht er bestimmt. Hier kommt Dr. Braunbär. Hallo, Dr. Braunbär. Hallo, Kinder. Wer von euch weiß denn, wie man das hier nennt? Das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und weiß denn noch jemand, wofür man den braucht? Damit bringt man kranke Leute ins Krankenhaus. Ganz genau. Können wir bitte das Nina, Nina nochmal hören? Ja. Normalerweise benutzen wir das nur bei einem echten Rettungseinsatz. Dr. Braunbär, könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh. Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, ups, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du nochmal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Wundervoll. Kinder, sag Dankeschön zu Doktor Braunbär. Dankeschön, Doktor Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denk dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann noch... Doktor Braunbär rollt den Hürgel hinunter. Au, 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 au. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Au, au, au. Er ist an einen Baum geknallt. Au, au, au. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Au. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja. Dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra. Hurra. Keine Sorge, Doktor Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor schon vergessen. Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr. Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen. Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall ist es... Sie heißen Sie. Doktor Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm. Und mein Bein. Und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Kinder, sag Dankeschön zu Doktor Braunbär. Er hat uns allen ja so wundervoll gezeigt, wie die Rettungshelfer arbeiten. Dankeschön, Doktor Braunbär. Es war mir ein Vergnügen. Doktor Braunbär mag die kleinen Rettungshelfer. Alle sind gerne Rettungshelfer. Ja, 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 ja.